Die U19 hat im Topspiel der A-Junioren-Bundesliga gegen den Karlsruher SC 3 zu 3 unentschieden gespielt. Die Tore für den Sportklub erzielten Daniele Gabriele, Matthias Ginter und Amir Fallahen. Die Gäste aus Karlsruhe kamen in der Schlussphase zum eben zu sehenswerten wie verdienten Ausgleich. Einen ausführlichen Spielbericht gibt es auf scfreiburg.tv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017